Willkommen zum Black Sheep Alliance News Feed. Ich bin Servo und Ihr Nachrichtensprecher für die heutige Sendung. Achtung, Achtung, die BSA hat wieder mit dem Flugtraining begonnen. Deshalb seien Sie bitte besonders vorsichtig bei Start und Landung. Die Yui hat die BSA beauftragt, eine Geisel zu befreien. Sie sehen nun einen Mitschnitt dieser Aktion. Glücklicherweise wurde bei der Befreiung nur die Geisel verletzt. Der Angriff auf die Vendul steht kurz bevor. Sie sehen nun eine kurze Übertragung via Satellite One von einem unserer Außenposten. Unser Mann vor Ort, Gregor. Wie sieht es bei Ihnen aus? Danke Servo. Niemand hier im Außenposten weiß, wann der Angriff auf die Vendul stattfinden soll, aber alle reden natürlich darüber und es heißt vielleicht ja schon morgen. Ich sehe hier eine Gruppe junger Black Sheep, die wohl gerne ein paar Vendul zum Frühstück hätten. Was ist Ihre Taktik im Kampf gegen die Vendul? Hey, wir schießen da einfach mit ein paar Granaten. Ja, das wird die Bugs fertig machen. Ich hoffe nur, dass nicht alles vorbei ist, bis wir da sind. Hör auf. Manche sagen, dass der Mensch durch das Eindringen in ihren Lebensraum die Vendul provoziert hat und dass eine friedliche und ausführliche Politik besser wäre, als sich in den Krieg zu stürzen. Ich werde euch dazu mal was sagen. Ich bin aus Buenos Aires und wir werden sie alle platt machen. Ja, genau. Ja. Na, das hört sich doch vielversprechend an. Nun zum Abschluss noch etwas in eigener Sache, denn das BSA-Rekrutierungsbüro hat wieder geöffnet. Somit wünschen wir Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal beim Black Sheep Newsfeed. Ja.